Was haben wir jetzt? Habt ihr alles? Falsche Reinseite, Kraulkappe, Eierlikör Meizelmännchen Und was war das mit dem Abwasser? Abwasserrohrsystem Abwasserrohrsystem Genau Oh, oh, oh Ein Meizelmännchen war mal auf den Kopf Da kam ihm etwas Tolles in den Kopf Wo geht das, was ich da gemacht hab eigentlich hin? Wie funktioniert hier das Abwasserrohrsystem? Oh, oh, oh Er kriegt einfach, denn er ist ja ziemlich klein In das Abwasserrohr hinein Oh, 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 oh Er wird durchgespült und dann volle Breite Landet er auf Ecken auf der falschen Reinseite Er hat 19 Männchen, muss ich schämen Es tat an die falsche Reinseite geh'n Oh, 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 oh Das meizelmännchen muss ich schämen Da tat's an die falsche Reinseite geh'n Oh, oh, oh Das meizelmännchen ist verstört Und zieht sich un Und stellt fest Es ist gar nicht so schlecht, wie's mir immer vorkommt Außerdem, da tat es sich gar nicht gegen Wappnen Stößt es da im Wasser auf einen riesen Haufen Kalkwappen Oh, 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 oh Es fällt in Liebe mit einem von den Quäppchen Und stößt mit ihm an mit Eierlikör und nem Schnipschen Oh, 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 oh Das meizelmännchen fühlt man sich nicht schämen Tut man einfach mal auf die andere Reinseite geh'n Oh, oh, oh Es denkt sich die Leute würden sich bestimmt gut verstehen Fügen Sie einfach mal auf die jeweils andere Seite Nein 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 Vielen Dank.